Hey Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Runde Golfit und diesmal, äh, wie hieß, warte mal, wie hieß die Map? Scheiße, ich weiß nicht. Äh, Silent Forest. Silent Forest, vielen Dank, Pan, für die... The Forest. Wo steht das? Forest, ein Mörder. The Forest. Alles klar, ciao. Ey! Ja, alles klar. Berry, ihr seid doch. Ich nehm das jetzt nicht an. Ja, dann spiel halt nicht mit, das ist mir doch scheiße, ja. Von Pan, von Pan nehm ich an. Pfff. Ähm, ja und hier steht, dass wir die Versuche auf 20 stellen sollen. Ich hab echt Angst. Das heißt vielleicht... Ja, ich hab echt Angst, aber Tobi kann ja eh cheaten, der kann alles von alleine. Tobi kann ja eh cheaten. Ja komm, sei leise, du brauchst jetzt auch gar nicht so frech werden da hinten in der Ecke, ne? Geh doch mal wieder eine rauchen. Du bist so frech. Alles klar. Du bist so frech. Aber sieht schon schön aus im Hintergrund. Ja. Tobi mach bereit jetzt. Ah, ich hab Angst. Ich hab Angst. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, schön. Äh, wat? Oh, das ist ja müde. Press L for light. Oh, guck mal. Hä? Was, L? Oh, cool. I. Du könntest Licht anmachen. Hä, die Pan ist schon am Loch, was? Huiiii. Äh. So viel Licht ist das jetzt aber auch nicht. Doch, du musst nur schlagen, dann ist das besser. Bei mir ist mega viel Licht. Bei mir nicht. Hole in one, bitch. Hole in one. Geil. Dein fucking Ernst? Ich hab auch hole in one. Tobi, Alter. Hast du wieder gecheatet? Hast du auch, bist du auch links mitgegangen? Ja, ja, bitte. Die sind einfach wieder, die sind einfach wieder gehüpft, Mann. Ey, Pan, beim nächsten Mal machen wir das aus, ohne Witz. Hallo. Dann sind die immer letzter. Oh, ich weiß gar nicht, hier sind so viele Holes. Oh, Mann. Pan, drück mal L. Holes, hier ist so viele Holes. Nicht er, er. Er, er. Ich drücke er, er. Achso, bei mir hast du kein Licht an. So wie Curry. So wie Curry, äh, hab ich das nicht. Oh, aber Curry, die Cheetah-Sau. Halt dein Maul drauf. Hole in one, ey. Ich werd wahnsinnig. Ja, weil der einfach über die Steinmauer gehüpft ist. Ich bin gar nicht. Ah, selbst cheaten kann ich nicht. Fake News. Oh, ist doch kacke. Guck mal, was schön da an ist. Ich hab, ich bin ganz faul. Dein Ball ist irgendwie schwarz. Ganz schwarz. Hast du was gegen Pan jetzt, was ist schwarz zu, oder was? 20 Shots for the match. Ich kann nicht immer noch kicken, ne? Hm, hm. Macht euch wieder lieb. Boah, Pan, voll gecheatet. Dann bist du kurz vorm Gewinn und dann kicke ich die da einfach, Curry. Hättest du das gern, hä? Mach das doch, komm Curry, mach das. Hättest du, ja, pass mal auf, dann mach ich gleich auch. Ja, ich weiß, dass du das machst. Mach mal. Hier, paar, vier. Ja, wer ist das? Bin ich das? Guck mal, der cheatet wieder. Guck mal, wie der cheatet wieder da hinten. Ja, aber echt. Richtiger Cheater, ey. Ich hab nur rosa. Ich hab keinen nicht. Was? Hui. Hä, was ist denn jetzt los? Okay, wow. Muss das so? Man. Hilfe. Ich hab keine Ahnung, wo. Mann, ich stand immer daneben. Was soll das? Ich brauch mein Licht. Ich brauch mein rotes Licht. Das ist mein Herz. Was? Ah, Gott sei Dank. Wo müssen wir jetzt hin? Äh, hä? Achso. Äh, was? Das ist alles sehr skurril hier. Oh, Mann, mich hielt es so auf, dass ich kein Licht hab gerade. Das heißt, es sieht alles so schön aus. Hey, bei mir. Nee. Hey, Tobias. Hä? Pan hat auch. Erika hat jetzt auch die Katzenohren. Ja, ja, ich benutze die gerade. Wie? Achso, hast du die auch? Ich hab die mal auf. Warum komm ich so an der auf meinen Stein? Ja, wusste ich nicht, dass du den hast. Ich hab einen rosa Ball und Regenbogen und Katzenohren. Ganz normaler Alltag. Okay, guck mal, Cheaten, Blatt, Cheaten, Blatt. Hey. Oh, da kommt der Cheater. Der Cheater höchstensichtlich. Tobi schaffst nicht, Tobi schaffst nicht. Ich krieg den eh gleich. Hä, wie soll man denn da hochkommen? Man muss gegen die Zielscheibe. Oh. Ich bin auch gleich da. Jawohl. Okay. Gut gemacht, Tobi. Wer ist das denn? Ach, Pan. Pan planscht. Gut gemacht, Tobi. Ja, ich weiß, danke. Huch. Alter, die Musik ist echt voll entspannt. Ja. Warum hat die Pan denn kein Licht? Ich bin gleich ein. Ja. Aber ich bin rosa bei dir bestimmt auch, ne? Du bist bei mir so hellrot irgendwie so komisch. Ja. Du bist bei mir rosa. Ja. Ja, weil ich schwarz genommen hab. Nur weil ich schwarz bin. Ach so. So, was jetzt hier? Jetzt geh in die Zielscheibe. Aber Spinne hier, ey. Ja. Was? Pan hinter dir ist das. Mega-Agro. Nimm mal die linke Zielscheibe. Nimm die mal. Ähm. Äh? Was? Huuuuh. Okay. Der Penis sieht aus wie ein Penis. Das ist auch ein dünner Penis. Ich hasse den Roll. Nein, du musst gegen die Zielscheibe panen. Anders geht's nicht. Ich hab's auch dreimal probiert oder so. Viermal, fünfmal, tausendmal. Jawohl. Ah, fast, 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 fast. Das gibt's doch nicht. Pan, ich wünsche dir ganz ziemlich. 23. Jetzt aber. Jetzt geht's los. Ja, guck mal. Jawohl. Ja, 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 super. Einfach. Huch. Hä? Nein, es ist okay. Es ist so cool gemacht. Diese Maps sind so geil. Regenbogen. Die Regenbogen. 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 Oh, voll schön. Nein. Aua. Huch, Mann. Wo muss ich? Welche Farbe hast du also? Äh, rosa. Ach so. Die Rampe hoch. Weil ich hatte einen Regenbogen und dachte, rosa passt ganz gut. Hä, wo bin ich? Hey, Tobi, gut gemacht. Ich hab keine Ahnung. Ein Smart Curry. Wow. Was jetzt? Was? Du mein Tag. Pan, doch, das wird noch dein Tag. Kämpfe, kämpfe, Pan. Glaub an dich. Da, da muss man rein. Ach du, wie soll er denn das treffen? Kämpfe einfach, Pan. Kämpfe. Oh. Ich fliege hier mal ganz woanders hin. Jawoll. Wo bin ich denn jetzt? Hilfe. Hier sind noch mehr Pimmel. Hä? Was ist das denn? Hä, wo muss man denn da hin? Ich weiß auch nicht. Hä? Egal wo, ich schlage, ich bin immer irgendwo im Off. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Schlagt nicht so hoch bei der Rampe, wenn ihr noch bei der Rampe seid. Ich weiß nicht, wo ihr seid. Ah. Du hast hier auf die Rampe drauf. Ah, okay. Ach so, da seid ihr. Ja, 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 alles klar. Okay, wohin? Waterfall, oder was? Boah, wirklich verarschen. Huch. Was? Was? Deswegen 20 Schläge, aber die Map ist voll geil. Hä? Aber war das jetzt richtig, oder haben wir einfach nur verkackt? Wir haben verkackt, ne? Ich, ich, ich war, ich weiß es nicht. Ne, ich hab 10 Schläge gebraucht. Du musst in den Wasserfall. Nein, warum fall ich immer wieder von dem Ding runter? Du brauchst gar nicht so hart schlagen, Erik. Du rollst da nicht mehr runter, dann. Aber ich komme immer gegen diese Pilze hier. Hey, Pan. Ich rolle runter, was soll das? Du rollst doch nicht mehr runter. Hilfe. Hä? Seid ihr noch da? Hallo? Ich wurde gerade vom Discord geschmissen, glaube ich. Ich glaube, ich wurde gerade vom Discord geschmissen. Ich weiß nicht, was da los ist. Das gibt's doch nicht! Ich muss ganz kurz rüber. Warte mal. Äh... Äh... Ich bin sofort wieder da. Hä? Auf Endpunkt warten. Oh, Discord ist gerade weg. Alles klar. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich weiß nicht. Der Tobi will da hinten. Waterfall. Okay. Ich hasse alles. So, herzlich willkommen bei der Solo-Runde offenbar. Auf Endpunkt warten. Mein Discord ist gerade am abkacken. Scheiße. Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Nein, jetzt roll ich wieder runter. Ich hasse alles. Und ich komme hier auf den Discord. Auf Endpunkt warten. Erik, rede mit uns. Redest du noch? Warte mal. Mein Discord ist tot. So. 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 Oh, da war der, da war der Ding. Ich, ich würd echt gerne wieder bei Discord connecten. Ich glaub, ich muss Discord, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Ich geh mal ganz kurz, pass auf, ich geh mal ganz kurz raus. Ich schieß mal Discord eben. So, warte. Und dann starte ich's nochmal neu. Ich hoffe, das geht. Muss ich Discord hier nochmal schließen? Ich muss Discord hier erstmal schließen. Quit Discord. Warte. Dann mach ich nochmal ne Runde hier, damit euch nicht langweilig wird. Wie kommt man denn da hin, Alter? Okay, ein bisschen mehr Dampf, bisschen mehr Dampf. Mal gucken, ob's funktioniert. Ich war doch da. Ich war doch da. Ich weiß nicht, wo ich sonst hin soll. Oh, das ist ein Fake. Das ist ein Fake? Ist das ne Fake-Stange? Ne. Okay. So, warte. Dann geh ich mal hier rein. So, und probier gleich nochmal Discord zu starten. Warte mal. Das ist doch ne Kacke hier. Heute ist nicht mein Tag. Äh... Hä? Ich starte das gut. Das kann doch nicht sein. Bei uns auch Spiel. Okay. Das ist irgendwie ganz merkwürdig bei dem Spiel. Also, wenn der immer resetet, ist das natürlich blöd. Ich weiß jetzt auch nicht, muss ich ins Feuer oder muss ich auf die andere Seite? Hä? Ich lande immer wieder... Weil dein Stein ist. Mit höchster Konzentration geht er ran. Oh, was für ein duper Schlag. Hallo? Hey, Erik, hey! Hallo! Ich hab das mal einfach nebenbei neu gestartet. Alter, diese Tour resetet bei mir ständig hier wieder. Also, wenn ich irgendwo hinschlage... Ja, ich glaub, du musst da komplett einmal durchschlagen. Bei mir... Also, bei dem Loch wurden wir grad auch geresettet. Wir mussten da direkt rein nach dem Looping. Ach so, vielleicht hätte ich das mal probieren sollen. Oh, fuck. Und jetzt häng ich hier in diesem Kack-Looping dringend und spring immer wieder zurück. Oder muss ich ins Feuer rein? Nee, ne? Ich glaub, wenn du... Nee, nee, du musst einfach durch den Looping hier. Aber das ist immer ein Stein und der... 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 federt mich immer wieder zurück. Oder sonst wo raus. Ja. Ja. Boah, voll der Abfuck. Bei dem Stein gar nicht. Voll der Abfuck hier gerade. Hier. Haut mich immer wieder raus. Boah, hä? Haut mich immer wieder raus hier. Ich weiß nicht warum. Da sind drei St... Hä, was? Ich... Du kommst halt... du rollst halt immer da in die Richtung, ne? Jaja, oder ich hüpfe wieder zurück auf die... auf die Strecke. Zack. Hä? Hä? Ist voll... Eigentlich muss man da irgendwie durchkommen, aber... Ich hab keine Ahnung, ist nur ein Rätsel. Spring mal am Ende vielleicht. Äh, was? Oh mein Gott! Ja jetzt... jetzt dürfte der dich eigentlich nicht zurücksetzen. Ja, wo bin ich jetzt? Da drüben ist das Loch. Da drüben ist das Loch. Es ist noch mal eine Lupe, ich muss direkt ins Loch. Ich muss jetzt... Ah, ist gesettet. Oh. Also ganz komisch irgendwie, ganz komisch. Ciao, Radalan! Oh! Hey Tobi, sei nicht so aggressiv bitte. Hole in one, geil! Was? Was? Alter! Mit Discord macht's mehr Spaß. Ja, natürlich. Hilfe! Ich muss da rein, Pan! Oh, Pan! Oh, guck mal wie schön die Lampen da überall stehen! Ja, ist echt schön. Pan, da hätte ja mal was klappen können. Das ist doch schwer! Oh, scheiße! Wey! 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 Ist das richtig? Nein, das ist nicht richtig. Dankeschön! Huch! Nein, das ist nicht richtig. Huch! Hey, wo muss ich denn hin? Ich weiß... Hä? Was ist das hier alles für Hexenwerk? Mal rauszoomen! Hey, wo muss man denn hier hin, Leute? Kevin, bitte! Okay! Tobi, ich sag doch mal jetzt! Hä? Hier weiß ich jetzt aber auch nicht. Sind wir vielleicht falsch rum? Nee, oder? Nee, einfach über den Felsen! Oh mein Gott! Das war das! Ah, das ist wirklich ein Pfeil! Erik, wo sind wir hier? Ich weiß es nicht! Keine Ahnung! Wir müssen da in das Rohr rein, glaube ich! Hä? Das mit dem Rohr ist voll scheiße! Ich komm da einfach nicht durch! Ist das hier richtig? Ich bin da durch! Hä? Aber du darfst einfach nicht zu hart, sonst haut der nicht oben in die Ecke! Ja, aber da bin ich wieder ansonsten zurückgekommen! Triple Boogie! Oh, okay, jetzt bin ich irgendwo! War nicht so hart, nicht so weit! Triple Boogie, alles klar! Hä, Tobi? Hä, Tobi, hast du R gedrückt oder was? Ja, aus Versehen! Nicht witzig! Schade, Tobi! Ich dachte, du könntest was! Bist du mit einem fetten Finger aus Versehen auf die R-Taste gekommen? Ja! Du musst gar nicht so weit! Ja, ja! Hast wieder vier Tasten auf einmal gedrückt! Du musst einfach über den Felsen mit dem ersten Pfeil! Ich bin einfach so, hä? Wieso bin ich der Zweite? Ich bin voll schlecht die ganze Zeit! Nein, du bist voll gut! Ich glaube, wir sind alle voll schlecht! Außer Curry, der übt jeden Tag! Ich bin voll schlecht! Außer Curry, der übt jeden Tag! So, und jetzt? Jetzt hast du es! Oh, nice! Nein! Oh, puh! Boah, der Pan ist echt so schwarz! Oh, hallo! Ja! Ja! Das sieht aus wie so ein Floh mit Katzenaugen! Äh, Katzenaugen! Äh, Katzenaugen! Jawoll! Hä? Hä? Was war das denn? Du bist gerade durch das Rohr geflogen! War das jetzt? Hatte ich jetzt alle Schüsse weg? Oder was? Tobi, bisschen mehr Schmackes! Hä? Der Tobi war im Rohr! Ne, du bist ins Ziel geflogen gerade! Ja, war das Ziel! Irgendwie! Okay! Sehr gut, Tobi! Sehr gut! Hä? Hä? Du warst im Ziel! Ja, fick doch das Spiel, Alter! Ich glaube der ist in einem Loch! In... In... Ja, jetzt hast du's doch! Hä? Ah doch, der maß! He, was ist jetzt los? Ah! Ne, ne, ne! Es ist doch verwirrend! Okay. Tschüss! Wo! Okay, das war falsch! Hallo? Hilfe! Ey, was, was... Was war das denn jetzt? Was, wo flieg ich denn jetzt gerade hin? Das ist doch falsche, wo ich bin! Ja, das ist wieder falsch! Ähm... Bin ich hier noch richtig? Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht, was hier gerade passiert. Hey Tobi, sind wir hier richtig? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo wir sind. Ich glaub ja. Ich mach mal wieder Licht an. Oh, hallo! Nee, ich nicht. Tschüss. Ich bin Disco. Oh, schade, nicht gesehen. Schade. Oh, schade, schade. Achso, mit L war das, ne? Aha, geil. Ähhhh... Power. Hey Tobi. Nein, das ist ein ganz blödes Loch. Oh Mist. Ich dachte, ich krieg's hin, aber... Ein ganz blödes Loch. Tobi, warte mal! Tobi, stopp! Ha! 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 Curry! Power! Wo ist denn der Tobi? Ist das jetzt richtig? Hä? Oh, man muss da in die, in die, in die, in die, da wo das Licht leuchtet. Alter, die Map, ey. Ich verstehe, ich verstehe, warum man 20 Dinger braucht. Was? Oh, nice, ich bin drüber geflogen. Gilt das auch? Ich bin ein Kätzchen. Nö, 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 nö. Mau, mau, mau. Mau, 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 mau. Alter, was passiert? Ah, wie geil! Wir sind in der Mine drin. Ach, was ist denn schon wieder? Hey, Tobi. Hey, aber du hast, du hast keine Katzenohren, du hast eine Katzenmütze auf, ne? Das weiß ich nicht. Oh, jetzt bin ich wieder zurück. Oh, Mann, ey. Ach, das gibt's doch nicht. Oh, frustrierend. Nein, Mann. Oh. Ja. Was? Was? Lol. Das gibt's doch nicht, Alter. Ernsthaft. Komm schon. Jawoll, let's go. Tobi, lass mal baden hier kommen. So, wo muss ich denn jetzt gehen? Da oben, wo das blaue Licht ist, da muss man da oben. Da muss, du musst ganz viel Kraft fahren, ganz viel Kraft. What? Okay. Huch. Was ist das für ein Loch? Jawoll! Genau, und jetzt einfach da den Fall. Hey, wieso kommt ihr da alle hin? Boah, ist das verwirrend. Wieso kommt ihr denn da alle hin? Voll das RPG, ey. Pan, bist du ins blaue Licht? Ich komm da gar nicht rein. Was ist mit euch los, Mann? Freunde? Ja, genau, da oben ist es nicht. Jawoll! Nee! Denkste? Mach mal einfach volle Power ohne springen. Mach mal ohne springen. Mach mal ohne springen. Noch mal, noch mal, noch mal! Richtig mit Schmecken! Ah, Alter, halt mich am Arsch. Hä? Jawoll! Bin ich im Wasser? Ähm, hä? Ich bin noch im Wasser? Wie geht das denn? Ne, das ist... Du bist auf dem Eis. Achso. Na, ich sehe nichts. Jawoll! Komm, einen hast du noch. Oh, einen hast du noch. Komm, das schaffst du! Das schaffst du! Äh, ich bin mir nicht so sicher. Jawoll! Ohohohohohohohohohohohohohohohohoho! Hebe mit ganzen Ohren und Regenbogen! 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 Räum! 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 Jemand hat mich in der Luft abgeschossen. Aber wo müssen wir hin? Räum! Wow! Hier ist ein Luftring irgendwie, wow! Oh, was zum Teufel passiert hier? Ich, warte, ich hab keine, ich check diese Map einfach überhaupt nicht. Diese Maps sind überhaupt, hallo? Hä, was? Wo muss ich jetzt hin? Okay, ich, ich... Hä? Ich seh nicht mal, wo wir hin müssen. Da ist ein Pfeil hinter, hinter dem Stein hier, aber das ist... Oh, nein. Da bin ich noch nicht mal, ich komm noch nicht mal hin. Sieht da immer an der Seite raus. Diese Maps, diese Map ist nicht meins. So, jetzt. Oh ja, nice. Oh, Gott sei Dank. Da muss schon ein bisschen mehr Schmack, ist aber auch nicht zu viel. Was? Wieso soll das resetten? Ich bin doch auf die Dingels gekommen. Oh, was für eine Scheiß-Map. Entschuldigung, ist schön gemacht, aber alter. Oh, nein, nein, nein. Wieso resetet denn immer, wenn man zu weit geht? Was soll das denn? Oh, danke schön. Stopp. Komm, ist mir egal jetzt. Mach ich aber so. Bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Was ist da? Diese Map resettet immer, wenn man irgendwie mal aus Versehen ein Schamhaar zu weit schlägt, weißt du? Ach, leck mich doch am Arsch, alter. Das ist echt nervig. Bitte, Tobi, bitte. Was ist das für eine Scheiß-Map, alter? Ja. Also, die ist echt schön, ne? Also, nichts dagegen. Die ist echt schön designt und man hat sich auch Mühe gegeben, aber alter, das ist echt nervig. So. Ja. Ja, Tobi. Jawohl, Tobi, nice. Nein. Ernsthaft. Hast du gerade R gedrückt? Nein. Ich bin endlich rübergekommen und da ist da so ein fucking Loch, da bin ich genau drin gelandet und bin wieder an Startposition. Hä? Weil der Schlag ja noch nicht scheiße genug... Oh. Es ist immer noch nicht vergangend. Wow. Was ist das denn jetzt? Ernsthaft. Was ist das? Was ist das? Ich höre dich auf. Ist das nochmal alles? Jetzt. Hä? Hey, die Automatik klappt wieder super. Ich weiß nicht, wo ich hin... Ich hab keine Ahnung. Also, mehr Motivation hier. Knauze. Was? Was soll das? Ich bin grad voll genervt. Tobi, nice gemacht. Die Map stinkt hart nach Maggi. Ich bin im Ziel. Ich weiß nicht mehr. Ich bin hier gelandet und die Automatik funktioniert wieder nicht. Ja, da kamen wir grad die ganze Zeit auch nicht rüber. Ach, Alter. Jawoll. Volle Bulle. Ab geht's. Hurenmap. Alter. Hier funktioniert nichts. Was? Was? Ich glaube, du rollst irgendwie... Nein, ich kann schlagen gerade. Was? Ja. Ich kann jetzt von hier aus schlagen. Dann schlag mal. Kommst du dann jetzt wieder dahin? Hä? Was? Hurenmap. Alter, wenn du jetzt wieder dahin kommst... Oh Gott, scheiße, nein. Aber guck mal, wenn er hier hoch springt... Nee, ich komm noch nicht weg. Ich kann springen. Wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt wieder ganz am Anfang oder bin ich auf einer falschen Map jetzt? Das ist eine andere Bahn. Oh ja, cool. Oder? Nee, das ist der Anfang. Da hat der Erik mich vorhin gefragt, ob wir da richtig sind. Ja. Kannst du hier irgendwie hoch springen denn, ne? Oder ein bisschen... Ja, nein. Vergiss es, da komm ich ja nicht mehr raus. Hurenmap. Ja. Schade. 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 Ja, mal gucken, was mich jetzt wieder schön ist. Aber wartet hier. Ja. Aua! Hä? Da willst du mich verarschen, Tobi. Entschuldigung. Oh, oh, oh. Hey, was ist jetzt los? Hilfe! 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 Lack! Lack! Bitte! Lack! Ja! Ja! Haha! Wow! Das ist ja mega Lack! Was ist denn? Ich weiß nicht, was hier passiert. Ich auch nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ist das hier richtig? Okay, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wo ihr seid. Weil ihr seid ja ganz hinten. Alter. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade machen muss. Ich bin... Ich wurde betrogen. Was? Hä? Ich bin ganz anders. Aber der resettet nicht. Also bin ich glaube ich richtig. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Oh! Schade! Schade! Oh! Oh, ich sollte aufhören zu springen. Was passiert hier gerade? Nein! Hahaha! Hm! Scheiße! Okay, warte. Komm schon! Komm schon! Ah! Puh! Ich bin nicht. Ja! Scheiße, ich war glaube ich gar nicht so falsch. Ich kann es doch schaffen. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich habe keine Ahnung. Muss ich links? Muss ich rechts? Ihr seid da hinten irgendwo. Und da hinten ist irgendwo dieses Ding. Aber bin ich hier richtig? Oh! Oh Gott! Was passiert, wenn ich jetzt hier? Mann! Ich... Ich... Ich bounce gegen einen Zweig. Über der... Pfff... Juhu! Alter! Oh! Oh! Ich soll die Tasse wegstellen. Ich soll die Tasse wegstellen. Pfff... Huren-Map! Nein! Oh Gott! Ey! Alter, das ist doch schon wieder ab! Fuck! 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 Ah! Ah! Was? Waui! Auf zu knistern! War das eine falsche Bahn? Nice oder was? Ja, meinst du? Ja, geil! Hau rein! Hä? Du warst gerade kurz auf einer falschen Bahn. Nein, war die richtige Bahn, Mann. Das war eine Bahn, die hatten wir schon. Aber da hinten ist doch das grüne Ding. Hä? Ich hab eingeloggt? Ja, du hast es eingeloggt, Erik. Gut gemacht. Gut gemacht! Da! Was? Bahn, wo bist du? Was? Was? Ich weiß es nicht. Da war das Loch! Hä? Was ist das denn für... Wie... Warte mal, wo müssen wir denn hin jetzt? Äh... Hier nicht. Nein! Alter, ich... Ah! Ah! Jeder Schlag ist ein Schlag zu viel! Der Tobi, schau da hinten! Was macht der? Mann, wieso komm ich denn... Stop! Ich möchte da auch hin. Wow! Wow! Seid ihr einfach rüber gehüpft, oder was? Ey! Und unten sieht die Knappe aber auch keiner. Wow! Oh, alles klar. Ich seh schon. Huren Mäpp, Mäpp, Huren Mäpp. Mäpp, 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 Mäpp. Hä? Das haut mich wieder ra... Fick dich doch! Mach voll die Scheiße, Tobi. Hä? Nein! Alter! Was zum Teufel? Wo bin ich denn jetzt hier? Hilfe! Boah, ich quinte gleich und guck euch lieber zu. Das ist nicht gut für meinen Blutdruck hier. Muss ja ein bisschen aufpassen. Tobi weiß ja warum. Hä, Tobi! Mann, wie gefallt! Mann, wie gefallt! Spiel doch mal vermutlich! Hä? Ey, mach jeder da oben! Pan, wo bist du denn? Ja, hier unten! Wo flieg ich denn hin? Mach mich aggressiv! Mach mich aggressiv! Mach das! Ich komm zu dir! Ich versteh nicht, was hier los ist! Ich auch nicht! Ich... Hey, was soll denn die Scheiße? Wo muss man hier hin? Was soll denn diese Scheiße? Das hier ist der Anfang? Hä? Das ist der Anf... Oder ist das eine andere Bahn? Nein! Nicht da rein! Nicht da rein? Nein! Okay! Durch das Mauseloch dahinter dir? Oder kommst du von da? Nee, ich komm nicht von da! Ich geh mal hier hin und... Hallo! Ui! Hä? Hey! Ist doch voll ausi! Hä? Hilfe! 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 Nein! 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 Stopp! Hey, hier ist ein Loch! Hier ist ein Loch! Also hier! Hä? Hä? Ach mann, Alter! Das kann man nicht sein! Ich geh nach Hause! Herr Tobi, ist das in Ernst? Ach mann, Alter! Das ist eine richtige Agro-Map! Okay, eingeloggt! Oh, Alter! Alter! Alter, wir sind begraben! Nice! Hey, find's lustig! Uh! Irgend paar Chips? Ja, gerne! Willste Cola? Hey, was ist jetzt los? Alles klar! Nice! What? Was passiert hier gerade, Mann? Oh, da sind Erdwehren! Geil! Geile Map! Bist du hier rüber gesprungen? Waaah! Jawoll! Jawoll! Da ist er! Taiker! Ja, sicherlich! Das ist ja wieder los! Ding dong dong! Ding dong! Ding dong dong! Dingbo quelle da! Boing出来 ins Grab! Let's go! Jawoll! Aaaaahhh! Vor dem Gab noch richtig hardcore! Schade, es war so knapp! Dadadadada! Sag mal, die Plälis ne? Ist die Gamer frei eigentlich? Die T of not whoever ist dran die ganze Zeit? Ich weiß es nicht, ich hoffe Scheißegal Wer ist denn Gamer? Gernst du nicht Gamer? Güter Gamer? Warte mal, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich gehe hier einfach Ich folge dir Hi Was ist das denn? Bei mir auf dem Kanal Hä? Hä? Was ist das denn für ein Arschloch Strecke, Mann? Hä? Einfach oben an der Kurve entlang Jaja, ich dachte gerade die Paddel bringen einen weiter Aber wohl nicht Wow Noch ein bisschen mehr Strecke ist einfach zu hoch für uns Alter, willst du dich verarschen? Was ist das denn? Diese Scheißetapfel Können mich mal Nein, du scheiß Paddel Paddel Boah, Alter Curry Curry, was ist denn los? Jetzt aber Jetzt, jetzt bin ich da Jetzt bin ich am Start Jetzt geht's los Folge in die Scheibe Ist das richtig? Ok, ich weiß genau, warum du gerade geflucht hast Dieser komische Holzvenillator, ne? Ja Nein, der Typ fang mal durch Drobi Oh, Alter Ähm Bei mir hat sie gerade die Meine Webcam hat sie gerade abgeschaltet Was? 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 Ich hoffe der nimmt noch auf hier Ich muss mal kurz checken Alter, was ist denn heute los? Ok Hilfe Oh, Webcam ist eingefroren Alles klar, ich muss leider Ich muss die leider Ich muss die leider ausschalten Heute ist einfach Heute funktioniert gar nichts Schade Discord Huren-Map Webcam Was ist heute los? Manchmal hat man so Tage und jetzt seid ihr mal live dabei Ah Das ist echt mies Jawohl Was? Ja, ach Ich frag schon gar nicht mehr, Curry Ich frag einfach gar nicht mehr Seid ihr schon alle drin? Ja Ach Ich glaub wir sind in verschiedene Löcher gesprungen, oder? Weiß ich nicht Muss ich jetzt links oder? Hä? Ok Äh, ne, ne, ne Da, 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 da Das tue ich das Jawohl Ah, klar Da sind wir Da sind wir Huch Hä, das war's schon? Oh Das war's, ja Ok, gut, dann kann ich Webcam gleich resetten Alter, was ist heute los? Ich hab keine Ahnung Bin noch auf dem letzten, aber natürlich wundert mich nicht Freut mich, dass wir mal wieder Golf gespringen Ja, das war Bei Currys Ergebnis sieht man gleich der Übler jeden Abend Ja, klar, natürlich Besonders noch zwei und zehn hab ich besonders geübt Da bin ich nämlich unter, unter zehn Ja, immerhin Tobi und Erik, ey, hole in one Oder? Ja, das, das find ich krass Find ich krass Das war ein guter Anfang, aber dann kam leider Ohne Übung Und der Tobi jetzt grad auf der letzten Map vier Versuche nur Ja Was? Auf der letzten Map Alter Auf der letzten Map Und ihr mal die Zunge in der Lace-Tüte Ja Wie so ne Fliegenfalle einfach War aber schön, war schön, war sehr schön Ja, es war, es war, ja, ja, ich dachte eigentlich, es geht länger, aber Aber gut, dafür war die Map an sich sehr aufwendig Die war wirklich sehr aufwendig gebaut Ja, find ich auch Vielleicht hier und da ein bisschen unübersichtlich, aber gut, was willst du machen? So, die nächste Map ist dann vom Curry auf jeden Fall gebaut Ja klar, baue ich Geil Hat nur eine Strecke Geil, reicht aber Sehen wir dann in zwei Tagen um 20 Uhr Und überall Bilder von Tobi Ja Boah, so geil Das wär so cool Ja, okay Ja Tschüss, ne? Ja, tschüss Achso, ich wink grad in die Kamera, die man nicht sieht Tschüss Handherz Oh Hehehehe Alles klar bis zur nächsten Folge Tschüss Tschüss